Er ist Herrscher über Leben und Tod. Wenn er tötet, wird er zur Bestie. Zu der Bestie, die einst Pablo Picasso schuf. Der Minotaubus. Er will die Bilder dieser Serie in seinen Besitz bringen und schreckt vor keiner auch noch so grausame Tat zurück. Eine nervenzerreißende Hetzjagd durch Europa beginnt. Es kommt zum dramatischen Finale auf 1800 Metern Höhe. Hitlers Berghof. Kann den Kommissar Huntinger noch stoppen? Finden Sie es heraus im neuen Buch von Heinz-Joachim Simon. Der Picasso-Mörder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017